so den brauchen wir nicht so ich habe mal gerade hier eben meine uhr geschaut deswegen der kleine so ich glaube wir gehen hier entlang würde ich jetzt mal so sagen und gucken mal an der küste wo wir hier auskommen ich weiß nicht ob das so richtig ist aber wir gucken wie hier schon mal ich glaube schon an dieser bucht ja dramatische musik und ich weiß schon wieder nicht wo wir hingehören wo sie wir denn an der küste entlang naja gut wenn es uns denn ja wie gesagt ich suche mit euch gemeinsam den weg zurück und hoffe natürlich dass wir irgendwie diesmal ein bisschen mehr glück haben als sonst das machen wir nicht hier sind bestimmt wieder dumme haie und die haben uns zu fressen ja ansonsten gibt es ja heute wenn die folge dann läuft gibt es ja die große knallerei wie seid ihr da so unterwegs also würde mich mal interessieren grundsätzlich frage ich immer wie sieht das bei euch aus gebt ihr geld aus für knallerei oder sagt ihr nee also knallerei geldverschwendung also ja trefft ihr euch mit freunden und ähm keine ahnung haut hunderte von euros in die luft oder was geht bei euch ab das würde mich auch mal interessieren weil ich bin so ja so ein oldschooler also ich finde ein bisschen knallerei ganz nett kann man machen aber da ist ein dorf okay wir gehen mal zu dem dorf haben wir das schon wir gucken mal ähm bisschen knallerei finde ich gut aber was manche da so veranstalten ist dann doch irgendwie ein bisschen arch äh boah ne happig sagt man bei uns also wenn die wirklich so hunderte von euros verballern für nichts eigentlich kartoffeln ja gut wir können natürlich das machen wir mal kartoffeln komm wir machen uns ein paar ähm ja hunderte von euros in die luft äh finde ich kann man besser irgendwas sinnvolles mitmachen also was weiß ich spenden von mir aus an arme kinder die nix haben ne also finde ich äh macht man ja irgendwie nicht eigentlich so bisschen Weizen so haben wir hier noch nein ähm wir gucken mal ob wir hier schon waren aber das ist alles Kartoffel ne ja machen wir mal die große Ernte wo sind denn hier unsere Buddies wahrscheinlich alle eben ähm Treibsand verreckt elendig so jetzt hoffe ich dass wir hier auch ne Schmiede haben kann man nehmen nochmal hier bisschen Brot brauchen wir uns noch so das ist sorry hallo gucken wir mal Peanuts ich glaube die haben wir schon wir gucken mal so ähm so hier haben wir noch Weizen gucken wir mal ob wir hier schon waren hallo Leute alles gut bei euch äh okay was haben wir denn hier mal eben gucken gegen Banane oh den haben wir gerade scheiße oh Entschuldigung Junge jetzt drücke ich schon dreimal die falsche Preisel Huch ähm Curry ist also ein Koch Smaragd Blumenkohl haben wir nicht ähm ähm Schmiede hallo haben wir eine Schmiede ne ne sieht nicht so aus das ist natürlich schlecht es geht hier ab ok oh haben wir noch so Dinger die ich so sehr liebe gut ähm wir haben keine Schmiede heißt wir müssten uns einen Ofen machen um dann wuff so dann machen wir doch hier mal was machen wir denn ach so gut wir sollten erst mal Zeug sortieren das da rein das 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 dieses den ähm Brot rauchen machen wir Holz nehmen wir Holz so Jungs einmal zweimal dreimal kann man mit leben ja finde ich schon so jetzt gucken wir mal ob wir irgendwo eine Werkbank finden weil sonst ähm hier nicht da dann müssen wir da hinten hin nochmal hier wir werden also die Nacht hier verbringen hier waren wir schon so gut dann machen wir doch mal Brote wie ging das so jo so Brote acht Brote ach so die stecken immer zu acht äh acht und vier und so ähm gut machen wir mal eben unseren machen wir die doch da hin Brote naja dann hauen wir uns Brote rein ne also ist ja nicht so wild oder stört es jemand Brot ne ne glaube ich nicht ähm den da hin so Kartoffeln müssten wir braten das tun wir dann bleiben wir hier ja ne ja 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 also Moment so ein Ofen tun wir mal hier hin wir brauchen Moment ähm Kohle bisschen so Kohle und die so das ist schön ähm Blauschiefer Dings da aber wir brauchen die nicht alle jetzt machen oder nein nehmen die einfach mit wir können die theoretisch auch verspeisen so machen wir die hier oben hin machen wir uns erstmal einen Stack und dann haben wir sowieso genug das da hin oder äh so gut ähm bevor wir hier aufgefuttert werden von irgendwelchen Drecksviechern machen wir es natürlich wie immer ne wir können mal hier Moment wir können mal ein bisschen Licht machen so ein bisschen Licht hier so dann gehen wir mal schlafen genau würde ich sagen Bettchen können wir abbauen wie weit sind die Dinger naja gut dann gehen wir nochmal unsere Felder gucken wir hier noch irgendwas sinnvolles finden Kartoffeln überall Kartoffeln scheinen irgendwie Kartoffeltypen zu sein okay ähm dann orientiere ich mich mal ganz kurz wo wir her kamen vom Wasser wir kamen also von da also müssen wir in die Richtung weiter gut machen wir dann dann Kartoffeln so eine brauchen wir noch oder zwei ne komm zwei den Ofen können wir eigentlich dann mitnehmen wir nehmen den Ofen mal mit falls wir unterwegs wieder irgendwo halten dann können wir direkt den Ofen aufbauen und naja können uns direkt wieder ein bisschen was zurecht kokeln zack und zwei noch naja die warten wir jetzt einfach mal ab und freuen uns unseres Lebens so komm du Kartoffel so nehmen wir mit ähm den nehmen wir mit die können wir eigentlich auch mal mitnehmen ne obwohl wir haben einen Rucksack hmm die tun wir da hin ja okay Moment wir nehmen die mal mal einfach mit so kann ja nicht schaden ne so essen äh mal da hin da hin so essen so gut das war's dann hier an der Stelle ne also wir gehen jetzt mal weiter und zwar in die Richtung und ich meine wir sind nicht am Wasser entlang sondern Moment sind glaube ich hier das Dorf hatten wir ne das war genau so wir gehen hier weiter gut wir gehen jetzt mal hier entlang und zwar ich weiß gar nicht ob wir wieder durch die Wüste oder an diesem Klotz vorbei das hat so ne Frage ne wir gehen mal weiter so sollten wir am Wasser entlang oder müssen wir hier Richtung tote Kacke da ich weiß es gar nicht wir gehen mal ich weiß es nicht wir gehen mal hier hoch und da kommt dieser Wald wir sind zwischen Wald und tote Kacke durch oder war das nicht so wir sind hier irgendwie durch diesen Wald durch gekommen oder vertue ich mich da also ich bin mir nicht sicher ob wir hier lang müssen oder da wo geht wir müssen irgendwo durch den Wald ich glaube wir sind irgendwo mal gucken sind wir hier irgendwie ausgekommen und wieder auf Wanderschaft sind wir hier an der Ecke durch den Wald kann das sein sind wir hier angekommen und hier so ein Stück rüber und zurück und dann wieder hier ich glaube schon da müssen wir hier lang jetzt und zwar hier durch in die Richtung in welche Richtung laufen wir denn nach unten ich wette ja das ist falsch wir ziehen das durch komm wir sind durch so einen Wald hier ne wo da hallo hey buddy danke 25 jetzt haben wir hier Birne Birne haben wir schon lass uns mal hier in die Richtung und Kühe natürlich mitnehmen also nicht mitnehmen sondern weil wir haben ja dann fertig gebratenes ne haben wir ja dann so so und du auch so das ist schön ich glaube wir müssen hier durch so und dann sind wir hier sind wir über den berg oder nebenher oder wir müssen hier lang ne schwierig 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 aber wir gehen jetzt einfach mal in diese Richtung an dem Hügel vorbei und gucken mal was hier so passiert so einen Wald hatten wir nicht so einen Birkenwald scheiße den hatten wir nicht schlecht wir sind nicht durch den Birkenwald gekommen gelaufen das war nicht gut also hätten wir da vorne rechts gemusst also das heißt wir verpieseln uns jetzt mal hier durch den Wald und zwar bis wir müssen hier durch hallo wir müssen hier durch wir sind auch durch diesen Wald da war noch so ein Stück so Erde ganz normale so auf dem Boden und so wir müssen hier durch bin ich mir sicher was sind das für Dinge australischer Grasbaum kann man rauchen ähm ja sieht hier total genial aus gerade so und da hinten ist so eine Lichtung da gehen wir mal einfach in die Richtung wo laufen wir eigentlich hin dahin okay ich würde sagen das passt schon eher oder also ja gut da waren wir schon vielleicht müssen wir nach unten also das heißt wir müssten irgendwo wieder linksen ja gut wir laufen jetzt mal weiter und das ist moso der wächst bei uns im garten den brauchen wir nicht ich hoffe dass wir hier irgendwo wieder raus kommen wir kommen hier raus hühner und da ist die tote kacke also dieses toten zeug dings krams das ist halt die frage vielleicht müssen wir hier sind so zwischen diesem und dem wald ne glaube ich sind wir entlang ich mich nicht vertue ich habe gerade einen run wir haben einen run ich habe einen lauf ich glaube wir sind gar nicht so schlecht unterwegs es ist natürlich noch einiges zu laufen hier aber jetzt weiß ich gerade wieder nicht wohin und wir müssen schlafen heißt wir machen das mal so und auf toter erde kann man nicht schlafen oder was doch kann man aber es ist noch nicht dunkel so ja ja gut machen wir mal ein screeny screen und gehen mal ins bett gut so bettchen mitnehmen jetzt ist die frage wir müssten ich tausche mal eben das bett wieder dann packen wir mal eben den kram weg das von ihm das fleisch fleisch ist gut so ja ähm wir gehen mal hier am rand weiter ich bin mir sicher wir sind zwischen diesem wald und diesem toten krams hier irgendwie gelaufen da weiß ich allerdings nicht genau kommt hier jetzt wieder ne da waren wir nicht oder hier hier entlang leute ich bin gerade ganz leise weil ich nicht genau weiß ne also ich bin mir nicht sicher wir haben so einen wald mal wenn ihr euch vorstellt andersrum moment wir sind hier an dem berg entlang und da war hier seht ihr das könnt ihr das sehen ja das kann funktionieren obwohl ich nicht weiß ob wir so einen fluss hier so einen bachlauf hatten aber wir sind auf jeden fall an so einem akazienbaum biom sind wir auf jeden fall entlang geschlittert und dann weiß ich nicht mehr oh ein schmetterling guck mal da ne grille doch 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 was ist das hallo was ist das tropical fish aus dem wasser raus geh mal ins wasser jungen komm geh mal rein hallo wieso ist der an land haben wir den jetzt eingesackt moment naja gut wenn er auch an land hüpft selbst schuld ich glaube das ist verdammt gut hier bambus da hätten wir einen gehabt direkt am anfang ne wir sind hier drüber das ist gut genau hier waren wir auf diesem diesem plateau hier haben wir eine pause gemacht und hier habe ich irgendwie philosophiert über kann man eigentlich mal mitnehmen ne ähm ich glaube über wo habe ich hier irgendwie einen abgerissen oder ich weiß nicht mehr genau aber ich glaube schon so mal mitgenommen und dann sind wir hier rüber ich glaube da rüber ne so dann sind wir an der küste entlang ist das richtig ihr müsst immer euch vorstellen wir drehen uns um und laufen in die andere richtung dann müsste das eigentlich boah keine ahnung sind wir hier entlang hier an diesem rand ach leute es ist schon ne also es ist schon so ein bisschen ja ja krank so jetzt ist die frage wo sind wir hier entlang ist schwierig ne sind wir hier einfach wir sind irgendwie man weiß es nicht es wäre jetzt zu prüfen ich glaube wir sind hier nicht durch ne oder hatten wir hier so ein dschungel baum ding da ne ich glaube nicht hmm Untertitelung des ZDF, 2020